Wir freuen uns ja, dass wir überhaupt reinkommen sind. Wir sind ja unsere schöne Geburtstagsgala des Kulturbürfes. Es ist eine große Ehre. Welchen Song fangen wir eigentlich an? Da fängt uns einer ein, der sowohl in die Kirche passt, der aber auch zum Kulturbürfemann passt. Weil es an dem hier mit Kulturbürfemann zu tun hat, haben wir auf jeden Fall festgestellt, wie wichtig es ist, dass man das, was man gut liebt, und das haben wir beim Kulturbürfemann erlebt, die Spanienwette für die Künstler und für das, was sie da gemacht haben. Und deswegen spielen wir jetzt den Song, Samba Tula. Okay, let's do it! Okay, let's do it! Samba Tula. 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 Musik 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 I will be somebody too. Yeah! Yeah! Musik Musik